Scheiße, ich kann gar nicht... Geil! Guten Morgen! Guten Morgen! Ich will noch nichts über Qualitätsinstrumente. Ja, und solche wie wir spielen. Präzisionsinstrumente, nennen sie es. Guten Morgen! Hier ist der Elsie. Ich habe heute Tourtagebuch in Speyer, auch Speyer genannt. Und ja, ich bin noch etwas malat, könnte man sagen, vom gestrigen Abend. Denn ich war auf der Bierbörse in Karlsruhe. Super! Allerdings, ja, wenig geschlafen. Und ich glaube, das letzte Bier war echt schlecht wieder mal. Geil! Du bist ja echt gut gelaunt. Ich war ja auch zu Hause, habe da geschlafen, habe geduscht. Super! Also ausgeschlafen nicht, aber... Und ich bin in der Pfalz, sonst wäre das nicht gut gegangen. Ich werde heute nicht in diesem Tourtagebuch auftauchen, weil ich ständig fluch... So sieht der Soundcheck bei uns aus. Einer macht sich wichtig und der Rest hat keinen Bock. Wie immer. Halbton, das ist das, was du nicht kennst. Ja, aber F ist die Subdominante. Auf welchem Zeitel steht das? Die Subdominante ist doch bei ihm zu Hause. Ja, und jetzt habe ich noch ewig Zeit. Also wie spät haben wir es denn jetzt? Jetzt ist es 11.35 Uhr. Ja, er ist schon unterwegs. Er ist gleich da. Für manche ist das Leben auf dem MPS einfach zu hart. Das ist der Samuel. Herr Doktor. Herr Doktor B. Samuel. Immer noch. Genau. Und der hat uns jetzt gerade Schnaps auf die Bühne gebracht. Genau. Das war das Mindeste, was ich tun konnte. Dass ich wenigstens, wenn ich schon mal auf dem MPS vorbeischau, wenigstens meine Ex-Band Schnaps auf die Bühne bringe. Ja, genau. Super. Gar nicht schnell. Er macht schon wieder Huxley. Super gebucht. Exosten. Turit! 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 Er ist doch gut! Alles so gut, alles so gut. Life is life! Hallo, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, weil ich muss diese... Oh, schon mal spielen, guck! Ich muss das musikalisch eigentlich untermalen. Also geht bitte weg. Ich habe dazu nichts zu sagen. Ja, danke. Voll geil hier. Die Bier sind okay, aber die Schnäpps fehlen in dem Kackladen. Recht hat er. Der hat's doch wohl nicht in der eine. Nee, Leute, das ist nicht. Das war jetzt aber wirklich mein Kurzangebuch für heute. Das war die Zugabe. Ja eben. Das war die Zugabe. Hört auf! Ruhe! Ring! 12. 1. 2. 3. 2. 3. 2. Vielen Dank.